Das Hotel Amos Atalia Viage Ormons View liegt in Bali in Kreta. Das Hotel Amos Atalia Viage Ormons View ist beliebt unter den Gästen 80% empfehlen das Hotel. Weiter, 138 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 4,6 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Das Hotel befindet sich in einer guten Lage. Dabei können die Einkaufsmöglichkeiten, Strandnähe, Verkehrsanbindung und Ausgehmöglichkeiten eine Rolle spielen. Durchschnittlich werden 4,6 von 6 Sonnen für den Standort des Hotels vergeben. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Gastronomie. Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 4 von 6 Sonnen bedanken. Zimmer. Akzeptable 3,7 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.